Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet der Evangelischen Kirche in Österreich, heute aus dem kleinen Ort Nasswald in Niederösterreich. Nasswald ist die kleinste Pfarrgemeinde Österreichs. Eigentlich möchte man meinen unbedeutend und doch ist sie sehr bedeutend, weil in dieser Kirche es schon in einer Zeit runde Kirchenfenster gab, in der das sonst noch verboten war. Und auch sonst ist Nasswald ein ganz kleiner, unbedeutender Ort, möchte man meinen, und doch ganz bedeutend, weil die Hälfte des Trinkwassers von Wien aus diesem Tal kommt. Aus diesem kleinen, ganz besonders bedeutenden Ort kommt heute das Mittagsgebet zu Ihnen nach Hause in Ihr kleines Wohnzimmer oder Arbeitszimmer, die doch ganz wichtig werden, weil wir heute gemeinsam so Kirche Jesu Christi sind. So feiern wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Psalm der Woche ist der 116. Psalm. Ich liebe den Herrn, weil er mich hört. Er hört mich, wenn ich um Gnade flehe. Ja, er hat mir ein offenes Ohr geschenkt. Zu ihm will ich rufen, mein Leben lang. Stricke, die den Tod bedeuten, haben mich umschlungen. Ängste, die im Totenreich herrschen, haben mich gepackt. In Not und Kummer stecke ich fest. Den Namen des Herrn will ich anrufen. Ach, Herr, rette doch mein Leben. Reich an Gnade ist der Herr und gerecht. Unser Gott begegnet uns mit Erbarmen. Der Herr beschützt die Unerfahrenen. Ich war auf seine Hilfe angewiesen. Er hat mir geholfen. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele. Denn der Herr hat dir Gutes getan. Du hast meine Seele vor dem Tod gerettet. Mein Auge muss jetzt nicht mehr weinen. Mein Fuß kommt nicht mehr ins Stolpern. So darf ich vor dem Herrn weiterleben, überall im Land der Lebenden. Den Becher, der meine Rettung bekräftigt, will ich zum Dank erheben und dazu den Namen des Herrn anrufen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man nur einen kurzen Blick auf die heutige Tageslosung wirft, wird einem zunächst einmal warm ums Herz. Dort heißt es im Buch des Propheten Ezekiel, Aber es lohnt sich, genauer hinzuschauen. So bleibt der Bibelferst zwar schön, aber es kommt noch eine besondere Bedeutung dazu. Diese Zusage ist Teil einer langen Rede, die Gott an die Stadt Jerusalem richtet. Dort beschreibt Gott, wie erbärmlich Jerusalem war, früher, bis sich dann Gott für sie entschieden hat. Für mich ist das Entscheidende an dieser Rede, Gott hat nicht nur gesagt, du bist mein und Gott hat nicht nur diese Verbindung mit einem Bund, mit einem Vertrag bekräftigt, sondern Gott hat seine Auserwählte schön gemacht. Aus der Gosse hat er sie geholt, wo sie völlig unansehnlich war. Dann hat er sie gebadet, gesalbt, gekleidet und mit dem schönsten Schmuck geschmückt. Gott nimmt sie also nicht nur an, sondern macht sie auch schön. Wir lassen heute beiseite, dass die Geschichte mit Jerusalem ein bisschen anders weitergegangen ist. Jerusalem hat ihre Schönheit, so wirft es Gott ihr vor, dazu benutzt, mit anderen Völkern anzubandeln. Das lassen wir heute beiseite und ich bleibe nur bei dem Gedanken, dass Gott die Stadt Jerusalem und so glaube ich auch uns Menschen schön macht, wenn er uns erwählt. Und deshalb möchte ich Ihnen und Euch ein paar Fragen für diesen Tag mitgeben. Beim ersten, die erste Blickrichtung auf sie selbst, auf dich selbst. Vielleicht mögt ihr euch fragen, womit hat Gott mich schön gemacht, als er sich für mich entschieden hat? Welche besonderen Fähigkeiten hat er mir geschenkt? Und zeige ich das her, was Gott mir geschenkt hat? Und beim Blick auf andere, gönne ich anderen die Schönheit, die Gott ihm und ihr schenkt? Freue ich mich an dem, was andere herzeigen? Ich möchte die Antwort natürlich nicht vorwegnehmen, aber ich sage, Gott hat sehr viel Freude an seiner Schönheit und den Gaben verdient, die er uns schenkt. Amen. Gott, wir danken dir. Du entscheidest dich nicht nur für uns, du machst uns auch schön. Du gibst uns Gaben und Fähigkeiten, die wir ohne dich nicht hätten. Wir danken dir für das, womit du uns selbst schön gemacht hast. Gib uns den Mut, diese Gaben zum Leuchten zu bringen. Gib uns die Ausdauer, in dieser Zeit immer wieder zu fragen, wo du uns und unsere Gaben brauchst. Zu deiner Ehre und zum Wohl der Menschen. Wir danken dir für die Gaben, mit denen du die Kirche schön gemacht hast. Bewahre uns vor Neid und Herablassung untereinander. Gib uns weite Herzen, dass wir die Gaben der anderen in der Kirche schätzen. Zu deiner Ehre und zum Wohl der Menschen. Wir danken dir für die Menschen, denen du politische Begabung geschenkt hast, die deshalb Verantwortung übertragen bekommen. Bewahre sie davor, die Gabe der politischen Gegner zu bekämpfen, sondern hilf ihnen, für das Gute zu streiten. Zum Wohl der Menschen und der ganzen Schöpfung. Und gemeinsam beten wir das Vaterunser. Vaterunser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch wandern, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Bei Gott, dem Sohn, Jesus, der uns begleitet. Bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns tröstet. Und so geht in diesem Tag unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!